so da mein objekt 260 jetzt endlich auch ausgerüstet ist werde ich mal so zwei drei runden jetzt für euch fahren ja folgt mir auf twitch akku power twitch ist mein name dort akku power twitch facebook instagram und alles findet ihr auch unten in der video beschreibung und auch mein kraft sport real talk kanal akku the persian killer auf youtube checkt alle links in der video beschreibung so Ja, 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 ist ja gut Oh, 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 progetto und e50m, alter, die sind vom Clan Ashes Ja, die zwei sind gefährlich Clan Ashes kenne ich seit 6, 7, 8 Jahren Da sind sehr, sehr krasser Leute Ich habe mehrere Videos auf meinem YouTube-Kanal mit dem Clan Auch von vor 5, 6 Jahren Ja, 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 also Ich habe mehrere Videos auf meinem YouTube-Kanal mit dem Clan Ashes Und bis bis zum nächsten Video Spannung pur. Ich glaube, ich gehe mal auf die Heavy-Line, irgendwie scheinen die zwei sich nicht mehr zu trauen, weil die schon HP verloren haben, das sieht zumindest so aus. Ich muss jetzt da drüben helfen, weil nicht, dass da die Ecke auseinander bricht. Spannung pur. Spannung pur. Spannung pur. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wenn du für eine artige Stunt bist, dann bin ich einfach nur hingelaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, kaum bin ich aus der Base rausgefahren, haben die das da verkackt. So ist das. Ja, diese zwei Leute da von Ashes sind krass unterwegs. Obwohl ich die beschädigt habe und obwohl die HP verloren haben, haben wir das da hinten verkackt. So ist das. So ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, jetzt bin ich alleine Tja Solange ich in der Base war, war alles in Ordnung Kaum feuchter Welt gestern Tja Solange ich in der Base war, war alles in Ordnung Kaum feuchter Weg, verkacken die den Base-Def Wäre ich aber an der Base stehen geblieben, wäre die Base safe gewesen Aber dafür hätten wir hier links die Heavy-Line verloren 4600 Schaden Ich habe mehr als der Beste im Gegner-Team Ja, also ich habe Top-Damage von beiden Teams Trotzdem habe ich das Spiel verloren Wir haben eine GWE-100 mit 4 Schuss und 0 Damage 4 Schuss, 0 Damage 3 Schuss, 0 Damage Das sind 10er-Panzer, ne? Ein Type-5 mit grad mal 400 Eine Maus grad mal 400 Hier ist 4 grad mal 400 Ja, mit so Leuten gewinnst du halt gar nichts, ne? Deren Arti hat 3700 Unsere 10er hat 0 Übrigens, die hatten auch ein 260er Der hat 3200 Schaden Ich habe 4600 Wie gesagt, also Seltsam So, warte mal Schauen wir mal kurz Habe ich vergessen zu schauen Das Schlimme ist, ne? Wir hatten ja diese 2 schon beschädigt Hier den Typen von Ashes hatten wir ja schon beschädigt 9300er WUT-Wertung Die waren ja schon Low-HP Also, dass man die dann nicht totkriegt, ne? Ja, unser 268er, wo ist er denn? Hier, der stand doch an der Base da Hier 0 Damage hat der Typ Naja Schauen wir mal in die nächste Runde 0 0 0 0 0 5 0 0 Ja, Batchett und der Rheinmetall sollen die 1er Linie spotten, ansonsten verlieren wir die ganze 1er Linie. Habe ich in Caps Lock geschrieben, mal sehen ob die sich dran halten. Die Rheinmetall sollen die 1er Linie spotten, ansonsten verlieren wir die 1er Linie. Die Rheinmetall sollen die 1er Linie spotten, ansonsten verlieren wir die 1er Linie. 1er Linie spotten, ansonsten verlieren wir die 1er Linie spotten, ansonsten verlieren wir die 1er Linie spotten. 1er Linie spotten, ansonsten verlieren wir die 1er Linie spotten, ansonsten verlieren wir die 1er Linie spotten! Ne, warum fährst du da jetzt hoch? LOL! Vorstoß einstellen. Ich brauche ein paar Tank-Destroyer hier. Auf der 1er-Linie sind Badgett und Rheinmetall tot. Absolut niemand spottet jetzt die 1er-Linie. Ja, deren Artis zerschießen uns hier, das hat gar keinen Sinn. Keine Ahnung, warum hier keiner hinschießt. Wir haben ja Tiddys, wir haben ja Artis. Warum fährt der da hoch? Was bist du denn für ein Bot, K91er? Ja, jetzt kassier ich den Artischuss für den. Ja, guck mal wie viel HP der hat. Warum fährst du denn da hoch mit so wenig HP, Junge? Oh, der geht jetzt auch sterben. Ja, guck mal wie viel HP. Ja, die 1er-Linie ist nicht gespottet, ne? Deswegen werden wir da jetzt die ganzen Tiddys verlieren. Unsere Tiddys sind auch so weit an die Front gefahren, dass sie da einfach nie wieder wegkommen. Unsere Artis kriegen hier die One-Shots nicht tot. Muss ich selber machen. Unsere Artis unfähig. Guck mal, die 1er-Linie braucht Spot. Alter, das verstehen die Leute nicht. Wir brauchen da dringend Spot. Dringend. Schildern, komm. Schmeiß mal dein Panzer an die Front. Ja, dann bewegt dich. Aber jetzt und nicht in 10 Jahren. Dann ist es zu spät. Geil, unsere eigene Artis stunt mich, alter. Die geile Saft. Bämst du zu spät. Geil, unsere eigene Artis. Guck mal. Tu kannst es damit, als ich das stöpig lassen. Lass uns den Fans aufklaten. Bämst du zwar. Guck mal. Bämst du mir. Bämst du mir. Bämst du mir. Schildern. Geil, dein Partner. Ja, wenn unsere Artis mal jetzt mal hier hinrotzen würden, ne? Oh, das war unser Sheridan. Der ist geplatzt. Hallo, hier sind Ziele. Oh, und der nächste ist geplatzt. Jawohl. Jawohl, jetzt löst sich schon wieder mein Team in Luft auf. Unsere Artis sind wieder komplett unfähig. Jawohl. Ernsthaft? Alter, okay. Der Move, der war richtig, äh, der war richtig noobig, alter. Mich mit so viel HP noch zu pushen, das ist schon traurig, alter. Das war ein Noob-Move des Todes. Ey, wir brauchen da die 1er-Linie, alter, ganz einfach. Und das war unser WZ. Bitte killt einfach den T-100-Light und dann haben wir das Spiel gewonnen. Oh Gott, der T-100-Light fährt einfach durch. Ganz entspannt fährt der durch. Ja, das war's, ne? Unser Objekt 1-4-0, der hat die 1er-Linie nicht gespottet. Der hätte locker die 1er-Linie spotten können, damit wir das gewinnen. Unser Artis sind wieder mal nicht eingeaimt, wenn hier der Super-Konk aufgeht. Deren Artis sind eingeaimt. Ah ja, ich werde jetzt hier von den Artis auseinandergenommen. Kannst du eh klicken. Also ich habe keine guten Runden mit dem 2-6-9, äh, 2-6-0. Aber es liegt halt meistens daran, dass unsere Leute kompletten Noob-Scheiß spielen. Ja, guck dir das mal an. Der FV kann halt, das kommt davon, wenn die 1er-Linie umgespottet ist, ne? Guck mal, was der FV machen kann. Der kann auf ganz entspannt da stehen und mich abfarmen. Es ist halt brutal schlecht, ne? Ich habe denen gesagt, bitte spottet die 1er-Linie. Und beide sind weggestorben. Keine Ahnung, was die da veranstaltet haben. Also ich habe echt keine guten Runden mit dem 2-6-0 bis jetzt. Aber man sieht es ja, ne? Also meine Flanke ist nicht gefallen. Ganz im Gegenteil. Ich habe die Flanke weggepusht, bin dann sogar durchgefahren. Aber es scheitert halt an den Mitspielern. Es scheitert halt an den Artis und TDs und Scouts. Okay, TDs konnten jetzt nichts dafür, aber die Mediums und Scouts, die kriegen halt die 1er-Linie nicht gespottet. Deswegen ist auch hier die ganze 1er-Linie weggestorben. Ich meine, unser Objekt 1-4-0, ne? Der hätte ja mal ruhig mal die 1er-Linie spotten können für unsere Leute. Hat er ja nicht gemacht. Also unsere Badget hat versagt und unser Rheinmetall, beide. Wir haben die 1er-Linie nicht gespottet gekriegt. Unser Sheridan ist am Ende sinnlos gestorben. Der Objekt 1-4-0 hat dann aber auch nicht gespottet. Ich musste mit meinem Heavy mal wieder Spot liefern, weil unsere ganzen Mediums und Scouts wieder zu doof zum Scheißen waren. Guck dir das an, Rheinmetall, Läppsche, was hat der? 500 Spot, das ist nix. Badgett, Läppsche, 1700, auf so einer offenen Map, das ist halt nix. Kein Damage, kaum Spot. Hier der Type-5, auch nix gerissen, 400 Damage. TDs konnten nicht arbeiten, weil die irgendwann keinen Spot mehr hatten. Hier, der war unfähig, unser Objekt 1-4-0. Sieht man auch ein bisschen an den Stats. Der Kollege hätte die 1er-Linie spotten müssen, nachdem die Scouts weg waren. Hat er auch nicht gemacht. Ja, ich habe meine Flanke sowohl gehalten, als auch durchgepusht. Nee, du, also ich habe mit dem Ding keine guten Runden bis jetzt. Ehrlich nicht. Aber das liegt halt nicht an dem Panzer, sondern das scheitert halt, wie man in der 1. und der 2. Runde gesehen hat an den Mitspielern. In der 1. Runde hatte ich sogar Top-Damage von beiden Teams. Und das hat trotzdem nicht gereicht. Gut, wir haben auch Lockdown-Ferien und dies und das. Das könnte sich ja ändern, wenn das ein bisschen anders wird. Ich will mal nach links. Ich will mal jetzt mit dem schnellen Heavy über die Medium-Line fahren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich fahr mal da mit dem Headshot mit. Und dem TVP. Ich versuch mal mit dem schnellen Heavy hier die Medium-Line zu unterstützen. Mal sehen, ob das was bringt. Hilfe! Hilfe! Kommen zur Klankendeckung! Hilfe! 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 Müssen wir hier richtig durchbrettern! Also rumgammeln bringt nix! Ich fahr auch weiter links, weil sonst passierst du da aus der Mitte von den Autoloadern. Der Gegner hat ja zwei TVPs. Einer davon ist schon mal hier. Tippt! Danke! Das war's. Ja, der T-30 muss jetzt bezahlen für die Aktion. Und meine eigene Artis-Tag. Ja, der T-30 muss jetzt. Ja, der T-30 muss jetzt. Ja, war eine saftige Runde bis jetzt. Betonung liegt auf bis jetzt. Also, ich bin hier Vollgas unterwegs. Was macht denn unser T-95er eigentlich so den ganzen Tag? Loll, unser T-95er ist einfach unbeteiligter. Der und der SDRV, guck mal, der fährt jetzt hier durch, nimmt unsere Artis raus. Ey, Alter, meinen die das jetzt ernst? Okay. Ja, schade. Sinnlos, eine 800er von der Grille kassiert. Keine Ahnung, warum unser T-95er und der SDRV am Gefecht nicht teilnehmen. Kann das mir nicht erklären. Hallo, T-95er. Kannst du mal deinen Bot-Arsch bewegen und mal was tun fürs Team? Ja, das ist eventuell möglich. Ja, das ist eventuell möglich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, ich darf jetzt mal wieder gegen 10.000 Panzerkämpfen. Was war das denn? Ja, ich sag's dir. Ich verliere nur mit dem Ding. Einfach, weil ich habe jetzt hier durchgebrettert. Ich habe vier Kills oder was auch immer. Unser Team ist am Rombotten. Was soll ich euch sagen? Ja, ich sag's dir. Ja, herzlichen Glückwunsch. Keine Chance. Die Leute fahren nicht. Die fahren nicht. Full HP, der hat noch genug HP und der ist sowieso am Rombotten, Alter. Der Held des Tages. Unser T-95er. Der gönnt sich einfach die AFK-Positionen mit dem Full HP T-95er. Weder am Defen noch am Attackieren, Alter. Hauptsache schön blau angemalt, aber komplett AFK, der Typ. Gar kein Bock. Ja, ich sag's euch. Also, der Panzer an sich ist gut, aber anscheinend, wenn du den Panzer spielst, kriegst du halt auch Hardcore-Bots in deinem Team, weil ich habe auf meiner Flanke komplett aufgeräumt. Ja, der wird jetzt eh gleich rausgenommen. Der ist Low-Up hier, vielleicht kriegt er von hinten kommen. Jo, Junge, jetzt lassen die sich da 500 Jahre lang Zeit. Der hat schon wieder kassiert, Alter. T-95er kriegt's nicht gebacken, da hochzufahren, Alter. Der Typ, der verkackt die Runde so hart. Der verkackt gerade die Runde so hart, aber der checkt das nicht. Der checkt das halt nicht, ne? Der verkackt so hart. Der stand nur AFK herum, der hat nix gemacht die ganzen letzten 10 Minuten, Alter. Der stand nur rum und hat geschlafen, ey. Der hat nur geschlafen, Alter. Jetzt lässt er da den T-10 alleine gegen die zwei da oben. Ja, der T-10 wird eh jetzt gleich von hinten rausgenommen vom Standard-B. Der Standard-B vernichtet jetzt sowieso alles, was hier rumfährt. Da ist er auch schon. Bei dem ist alles kaputt, der repariert auch nix. Ich weiß nicht mal, ob der Reparatur-Kits dabei hat, weil Amorack ist kaputt und zwei Dinger sind kaputt. Oh, unser T-95er hat den Standard-B rausgenommen. LOL! Also jetzt stellen die sich aber auch komplett blöd an, ne? Die Gegner. Also jetzt stellen die sich wirklich komplett blöd an, die Gegner. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Weil eigentlich hätten die das jetzt safe gewinnen können. Also keine Ahnung, was die hier veranstalten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der ist full HP, aber der fährt nicht, ne? Der will keinen Base-Dev machen, obwohl der Full-HP ist. Also ganz ehrlich. Ich raff diese Menschheit nicht, Alter. Was machst du denn mit dem Ding? Alter, du bist full HP. Das ist ne Grille. Geh Deffen, Mann. Ist eh langsam. Wenn der jetzt cappen geht, kommt der nicht rechtzeitig zurück, oder was? Ey, du verzweifelst an dieser Menschheit, ne? Teilweise. Was ein Bullshit, der da die ganze Zeit gemacht hat, ne? Indem der einfach nur sinnlos rumgestanden hat. Wie viel Glück der auch am Ende hat. Ey, ich raff das nicht, ne? Wie die Gegner sich einfach nur präsentieren, damit der die wegschießen kann. Ich raff es nicht. Ey, so viel Glück musst du noch am Ende haben, ey. Wie die Gegner dem so vor die Kanone fahren, einfach. Oh mein Gott. Er hat es gebacken gekriegt, Alter. Oh mein Gott. Leute, ohne Witz. Einfach nur schlimm. Objekt 260. Der Panzer an sich ist gut, aber was du für komische Leute in dein Team kriegst, ne? Das geht unter keiner Kuhhaut. Und ja, wenn ihr ein bisschen Gameplay sehen wollt, dann folgt mir auf Twitch. Akko Power Twitch heißt sich dort. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Guckt ihr das mal an. 4300 Schaden, 1,7 Assisted. Genau wie in der ersten Runde. Gut reingeklotzt. 4 Kills. Was ist das für ein Typ mit seinem T95er? Junge, 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 Junge. Guck mal hier. 9er Medium, 9er Autoloader. Wisst ihr, das ist halt immer das Komische, ne? Das ist der gleiche Panzer hier, ne? Standard B im Gegnerteam. 3.400. Was hat unser Standard B? 200. Was hat unser 9er? Leo PTA 0. Was hat deren 9er? 3.300. Und die hier, ne? Das muss ich alles, ne? Ausgleichen. Und der da oben auch und so. Ja, 3, 4 Leute müssen ausgleichen, dann am Ende hat der noch so viel Glück gehabt, ne? Ganz ehrlich. Wenn die Gegner sich nicht so blöd angestellt hätten, hätten die locker gewonnen. Hätten die locker gewonnen. Aber der Standard B hat am Ende dann richtig scheiße gebaut. Der hat sich dann, ja. Der hat sich dann von unserem T95er rausnehmen lassen. Naja, gut. Wie gesagt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Twitch, Facebook, Instagram, die ganzen Links mal einmal anklicken. Abonniert auch den Kanal. Wir sehen uns. Bis dann. und bis dann.